Servus und liebe Jungs und Mädels, ich begrüße euch diesem kleinen Info-Video für euch. Und zwar, ich werde heute Abend um 23 Uhr einen Livestream anfangen, denn heute Abend um 0 Uhr kommt ja der zweite Teil offiziell jetzt raus. Dann ist es nicht mehr die Trail-Version, sondern es ist die offizielle Version, die rauskommen wird. Deshalb, wenn ihr wollt, schaltet heute Abend um 23 Uhr auf diesem Kanal hier ein, den ich hier gerade hoffentlich eingeblendet habe. Und dann werden wir ein wenig zusammen zocken können. Aber ich möchte dennoch erwähnen, auf jeden Fall, weil es recht spät dann auf jeden Fall schon ist, bleibt bitte jetzt nicht extra wegen mir auch länger wach. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Livestreams die nächsten Tage jetzt machen, auf diesem Kanal. Und ja, seid auf jeden Fall sicher, dass ihr auf jeden Fall nicht jetzt wegen mir extra lange wach bleibt und morgen zu spät zur Schule kommt oder zur Arbeit oder was weiß ich nicht wofür. Denn ihr werdet auf jeden Fall noch einen Livestream erleben können. Wie gesagt, weil ich auch die nächsten Tage jetzt tagsüber streamen werde. Ganz einfach, weil der zweite Teil jetzt raus ist und weil ich im zweiten Teil wahrscheinlich jetzt sehr, sehr viel zocken werde. Erstmal in der nächsten Zeit. Und ja, würde dann sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend oder spätestens die nächsten Tage zu einem Livestream. Bis denn dann. Ciao. Ciao. Ciao.